Moin zusammen, es geht in der Wendormap. Es ist Willow. Okay, die müsste ja eigentlich relativ zügig gehen. Und ja, ich brauch noch das Geisterfoto. Drei Sterne Geisterfoto von der Daily. Weil vorhin das in Sunny Meadows bei dem Hunt hat natürlich mal wieder nicht gezählt. Hauptsache meine Geisterfotos, die ich vorhin versucht habe zu machen beim Hunt, die haben nicht gezählt, weißt du. Total gemein ey. Ja und vor mir hatte er Angst gehabt, der Scherzkeks. Okay, wir bereiten uns vor, dann geht's rein da. So, wir hoffen jetzt auf gute Verstecker und auf einen offensichtlichen Knochen. Kiki sagte, Boyka ist in der Garage. Kiki, der ist nicht in der Garage, der ist im Keller. Ja, ich geh ihn schon anmachen. Meine Güte. Es ist doch einfach, wenn der nicht direkt oben auf der Map zu sehen ist, dann kann er ja nur im Keller sein. Da muss man doch nicht mal umschalten. Also, hier beim Bräcki ist ein Versteck, die Tonnen sind da. Ist schon mal ein gutes Versteck, aber leider sehr weit weg, um Ghost Highway aufzubauen. Show us, are you here? Na gut, dann wäre der immerhin schon mal gefunden. Ghosty, where are you? So, der Gast ist unten im Lagerraum rechts. Da liegt schon eine Dose rum und der Atem ist da. Ja, dann hätten wir das schon mal. Sound-Sensor. Küken, kannst du die Items hier schon mal runterbringen? Dann mach ich schon mal einen Teil vom Ghost Highway hier oben fertig. Weil dann kann ich unten nachher beim Geist bleiben, weißt du, für Foto. So. Ja, ja. Kiki ist da ein Versteck in der Garage. Hä? Nichts? Doch, mein Lieblingsversteck ist hier in der Garage. Ghost Highway wird zur Garage gebaut. Wie? Wo? Ach, deine Tochter. Hä? Schau mal, ich hab dir gesehen. Das hat mir einfach. Wo? Was machst du denn? Okay, ich mach ja schnell diesen Ghost Highway. Fertig, damit ich gleich ein Geisterfoto machen kann. Ich hoffe, das klappt diesmal. Ihr könnt dann gleich schon mal die Grundstruktur vom Ghost Highway sehen und könnt ja da einen Polti Highway dann noch zusätzlich hinzufügen. Ich mach jetzt mal meine Fotos hier. Ja, ich muss ja jetzt gleich ein bisschen beim Geist bleiben, damit ich vielleicht mein Geisterfoto da mal kriege. Ah, stimmt. Ja, also glaub ich, ich spiel da aber auch nicht an. Versuch's anzulegen. Also könnt ihr ja hier oben gleich den Ghost Highway zu Ende bauen. Äh, Kiki, du kannst den Speckraum fertig machen, ne? Mit Kruzi, Glow Sticks, Smudgies und so, ne? Ja, ja, ich bin schon dabei. Okay. So, nehmen wir noch das mit. Küken, du hast da unten schon ein EMF? Ja, ja, ich mach hier schön so leistige Fotos. Kiki, ich schmeiß dir hier die Items für den Speckraum auf einen Haufen, okay? Hier, diese Items kommen da alle in den Speckraum hier. Die hier. Und das Karabol auch. Kiki, du kannst ja da oben, wenn du willst, so einen Polti Highway hinbauen. Hier, Küken, ich hab noch was Salz. Hier, das kannst du ja gleich auch noch fotografieren, wenn er reinläuft. Da ist noch eine Laterne. So, dann gucken wir mal, ob der was macht. Ich hab noch zwei Fotos. Es hat hier irgendwo ne Säge geworfen. Ja, ich weiß nicht wo. Vielleicht auf der anderen Seite. Da gibt es noch keinen Wave. So, dann ein paar Interaktionen. Dann hoffen wir mal, dass das Gasterfoto vielleicht auch klappt, sonst muss ich es ja wieder während des Suns machen. Was ja sowieso dann wieder daneben gehen wird. Ja, ja. Okay. Er macht jetzt aber auch nicht viel, ne? Oh, das Parabol, das liegt oben, das brauchen wir auch noch. Das ist meistens so, kaum lässt du dann die Fotokamera für eine Sekunde fallen, weil du kurz irgendwie einen Polti Highway bauen willst oder sowas, dann machen die sofort immer ein Event. Und auch noch so schnell, dass du es nicht schaffst, sie aufzuheben. Oder sie machen das Event, dass sie dir den Weg zur Kamera blockieren und du musstest in die Reihen laufen, damit das klappt. Das passiert mir ja immer. Okay, der Geist steht da. Okay, ich habe gerade einen Whisper bekommen. Jetzt macht er aber auch nichts mehr, ne? Kiki, wie sieht es aus mit dem Speckraum? Alles vorbereitet oben? Alles schön. 25% haben wir hier. Da hat er irgendeine Spraydose geworfen. Hast du gefunden? Ja, jetzt brauche ich dir noch ein Foto, dann kannst du ruhig so im Lustball haben, wie du willst. Ja, warum büstet der auch nicht die Kerze aus? Echt, ja, eingebildet. Sonst machen die das immer so oft. Ja, frech. Der läuft hier aber auch oft hin und her. Okay, äh, ja. Wir warten mal ein bisschen, bis gleich. Guckt euch das an. Und den? Ja, warte. Ich geh mal zum Geistern so lange rein. Damit ich bei ihm in der Nähe bin, falls das ein Gin ist. Das EMF muss ich hier lassen, falls er eine Jurei-Türinteraktion macht. Aber warte, ich muss ja draußen bleiben, wegen dem Moroi-Test. Geht meine Sanity denn jetzt runter, wenn ich jetzt hier draußen im Licht stehe, oder nicht? Nö, die ist gerade ein bisschen gedrofft, falls du in den Geistern abbegangen bist. Aber die bleibt ganz stabiler auf 58. Okay, dann ist das kein Moroi. Okay, Moroi wäre schon mal raus. Dann muss noch einer, weiß nicht, mit meinem Raum sein. Ja, ich bin ja jetzt im Raum und du kannst ja mal gucken, ob meine Sanity plötzlich runtergerissen wird. So kann man den Gin rausfinden, falls wir jetzt wieder annehmen. Ich denke mal nicht, dass das ein Schwert ist. Ja, der ist hier. Man könnte das EMF dahin tun. Ah, der wird gerade hier was aktiver. Ist vielleicht irgendwie meine Sanity plötzlich gedroppt? Hier kannst du ja das EMF nehmen und mal am Breaker gucken. Der ist da hinten, da ist auch ein Versteck beim Breaker. Da kann man sich zur Not auch verstecken. Weil jetzt ist er gerade plötzlich sehr aktiv geworden. Ja, ich warte ja hier die ganze Zeit auf Events. Oh mein Gott, der wurft jetzt hier aber wild. Okay, ich trenne die Sachen mal, damit die nicht zusammen hochfliegen. Sonst denkt man gleich noch, das wären Twins oder Polty. Man sollte die Sachen immer so ein bisschen getrennt voneinander liegen haben für Twins und Polty. Nicht so übereinander werfen. Weil es kann sein, dass er das untere Item bewegt. Und dann denkt ihr, weil die oberen Items mitfliegen, dass das ein Multithrow war. Obwohl es ja nur ein Item war, was bewegt wurde. Wird schon sehr aktiv. Also der legt jetzt hier langsamer los. Hat man nicht hier irgendwo auch noch? Show yourself, are you here? Give us a sign, show yourself. Testen wir mal auf mehr. Keine Reaktion. Nichts am Breaker, oder? Schade, leider auch kein Event oder so. Echt schade. Ja. Ja. Der ist überhaupt noch da. Wo ist der gemacht? Der ist schon ausgekommst. Ja, der macht hier schon einiges, aber der zeigt sich leider nicht. Der schmeißt hier das ganze Werkzeug durch die Gegend. Ja, lass uns mal nach der Sanity kurz gucken gehen. Dann müssen wir das Foto eben beim Hand machen. Ich bleib noch kurz hier stehen, falls der sich doch zeigt und hier ein Event macht. Das machen wir ja immer gern, wenn man da dreht. Ja. Polti Highway habt ihr hier auch schon gebaut. Nein, das hat hier mal auch sehr gut gemacht. Ja, ist doch ein schöner Polti Highway. Okay, dann gehen wir mal kurz nach der Sanity gucken, weil es ist komisch, dass er noch nicht handelt. Ich war ja jetzt die ganze Zeit da im Dunkeln und du hast doch auch voll Sanity verloren. Ja. Aber der wirft schon sehr viel. Der macht einiges. Ich glaube nicht, dass das ein Shade ist. Ist das ein Polti? Was ist denn das? Ist das ein Multifold? Also hier das, was nach Twinter Actions aussieht, könnte die Kerze gewesen sein. Kiki, was hast du denn gemacht, ey? Du musst deine Sanity mal was runterkriegen. Echt? Es könnte wirklich ein Polti sein. Ja, dann müssen wir mal nachher schauen. Mit den Würfen. Ja, Kiki, du musst dich einfach mal ins Dunkle irgendwo hocken. Ja, Kiki, lass uns mal ein paar Items runterbringen zum Raum. Ich bring dir die Items an die Treppe und du kannst sie ja dann in den Raum bringen. Und sag mir dann Bescheid, falls der ein Ghost Event macht, dann schnappe ich mir nämlich schnell die Kamera. So, dann... Dann laden wir den jetzt mal mit Items voll. Ich schmeiße die Items da beim Parabuldern hin, dann musst du die einfach nur in den Raum werfen. Nein, das war gerade auf die Wände. Ach, scheiße, ja, ich war hier am Badezimmer. Scheiße. Ja, warte, ich schmeiße die Items hier ab und dann komme ich runter. Ach, gemein. Okay, bring die Items in den Raum und dann können wir den ja beobachten. Hier, da liegen die ganzen Items. Ich lasse jetzt auch die Kamera draußen. Der wirft schon verdammt viel. Nein. Das war ein weiter Wurf, oder? Äh, hab ich jetzt nicht schon wieder kommt. Denk dran, dass du die Items nicht zu sehr übereinander liegst, weil falls er ein Item von unten bewegt, könnte es so aussehen, als ob das ein Multi-Throw ist. Also so, die können ruhig so auf einem Haufen zwar sein, aber so ein bisschen so, dass die nebeneinander liegen statt übereinander. Ah, hat er gerade schon wieder gelaufen. So. Jetzt hab ich dich! Yay! Ich hab sie! Okay, jetzt müssen wir nur auf die Explosion warten. Jetzt kann ich auch ein paar Items mit reintun. Sind schon alle drin? Ja, ich irgendwo umbrachte jetzt erstmal ein bisschen. Das ist ja eine Polti, Omi. Okay, man weiß es noch. Aber es ist gar nicht schon mal ein Poltergeist. Co-po-po-po-polter. Pfff. Polter-po-poltigeist ist einfach Poltergeist. Poltergeist. P-po-po-polter-geist. Mal gucken, ob sie irgendwann eine Explosion hat. Oh, sie hat gerade versucht zu handeln. Handversuch, wir müssen Sanity checken. Ist nur ein Event, alles okay. Die kommt ja gar nicht mit. Sanity bei 40, okay. Okay, Kiki, du kannst im Truck auf der Kamera gucken, ob sie Explosionen macht. Was macht die hier oben? Ja, die ist wieder gefolgt, wenn ich mir das. Moment mal, es sieht aber nicht nach Pulti aus. Ich weiß nicht, das sah mir jetzt gerade nicht nach Pulti aus. Line-Off-Side-Beschleunigung ist auf jeden Fall da. Es ist kein Phantom. Ist das kein D-Hoch, hm? Hm, kein Webby. Alter, war die da direkt hinter uns. Was geht denn, ey? Nix Explosion, nix. Ja, aber guck mal, das hier sieht nicht nach Pulti aus, oder? Ja, was die hier gemacht hat. Ja, aber ich mach mich dann immer noch von Sanity geblieben. Ich hab den Break ja immer noch nicht einmal ausgemacht. Das heißt, wir müssen gleich mal einen Gin-Test machen. Ich hab den Timer für den Spirit jetzt vergessen. Ja, hier hat sie schon ein bisschen auseinandergefetzt, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht so krass. Nur der Kettel war hier an der Seite und das kleine Buch da und der Laptop. Ich glaub, der Rest lag alles noch in Position. Ja, genau. Die wurde ja vom Salz bis auf, dass sie mehr Zeit für uns hinwerfen. Naja, deshalb hat sie dann da mehr geworfen. Okay, wir müssen mal gleich darauf achten, ob sie Megaspeed hat mit Line-Off-Side dann nachher. Na gut. Hm, ich weiß gar nicht. Am besten machen wir die zu, brechen hier Line-Off-Side, um Gin zu testen und laufen dann in die Garage. Aha, ist ja sicher sehr viel Versprechung da. Ja, sie muss uns da einmal sehen. Wir müssen sehr weit auch zurückstehen, damit wir über drei Meter entfernt sind. Ah, ich würde lieber ein bisschen aus dem Kopf rauskommen. Ich würde lieber ein bisschen aus dem Kopf rauskommen. Kiki, hock du dich lieber ins Versteck, ne? Und achtet dann auf die Geschwindigkeit und achtet auch parallel noch auf Meiling, ob wir die hören, wenn wir sie da um die Ecke kommen sehen. Da müssen wir auch ein bisschen drauf achten. Ja, tut nur die Kamera was. Also Kiki, du sagst, Sanity war auf 40 beim ersten Hand, ne? Also ist Shade raus. Ja, ich bin immer gerade in Trump. Ja, ja. Plus guck doch mal die Kamera, ob die muss stehen. Dann komm ich rein. Ja, ja. Kannste auch ruhig auf der Kamera das beobachten. Wegen Würfen und so. Und Shapeshift und Roni. Ne, ne. Ich komm schon wieder rein. Ich will nur mal gucken, ob die richtig positioniert ist. Ha, dann machen wir hier die Oven Side Steps so. Ja genau, müssen wir machen, um zu sehen, ob die wieder die Geschwindigkeit wegnimmt. Ja, die hutet gar nicht mehr. Ja, 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 ja. Ist das vielleicht ein Spritkopf? Ja, das ist immer nix von uns eigentlich. Oh, das kommt. Ja, wie ein Mensch. Hallo. Lacker Kotz. Sind auf jeden Fall schon mehr als zwei Minuten rum, seit sie gehuntet hat. Und nicht, dass das jetzt wieder so ein Kandidat ist wie der Gin vorhin in Sunny Meadows, der ewig gebraucht hat zum Hunten. Hm. Ich weiß nicht, was heute mit den Geistern wieder los ist. Die benehmen sich sehr komisch. Solche Geister suchen und selbst bis hier hin. Kiki, komm lieber da hinten weg, ne. Weil wir müssen die Entfernung zum Geist haben. Nicht, dass die gleich hantet. Du weißt doch, wie das immer ist. Die hanten dann genau immer in dem Moment, wenn man sowas grad macht. Ach, ich glaub, ich muss ja den Geist fühlen, wenn ich die Tür aussehe. Hm, ich mach mal das Licht aus, dass die Sanity schneller runter geht. Vielleicht. Liegt's auch da an. Es könnte ein Spirit sein. Ich muss gleich mal einen Smudge-Dimer machen. Warum hantet die wieder nicht? Fernseh-Vitual. Hm. Naja. Dann warten wir mal ab. Ein Gin. Okay, der Gin wäre schon mal raus. Dann müssen wir den nicht mehr wirklich testen. Wir können noch den Yokai testen. Lass mal den Breaker aus. Ich glaube aber nicht, dass das ein Hantu ist. Weil die hat hier allein noch Zeitbeschleunigung. Aber wir können mal Mailing testen und Yokai hier. Komm mal hier her. Dann gucken wir mal, ob das ein Mailing oder ein Yokai ist. Oni können wir, glaub ich, auch sehen und Obake durch die Tür hier. Also nicht direkt den Geist rufen, sondern erstmal ein bisschen durch die Scheibe hier beobachten und danach rufen wir ihn dann rüber. Außer er kommt jetzt so hier rüber und dann haben wir Pech gehabt. Ah, das rufen kannst du da ruhig machen. Hm. Ja. Ja. Keine Ahnung, ob es ein Spirit ist. Der hat jetzt gerade ewig gebraucht, bis er wieder gehuntet hat. Oh, das ist klar. So, dann warten wir mal. Psst. Erst beobachten. Blöde Dots. Ey, warum tut Kiki die Dots dahin? Die sind so laut. Ist das ein Oni? Juhu. 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 Juuu. Juhu. 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 Okay, ich habe bei 25 gesmatcht. Jetzt gucken wir, jetzt habe ich einen präzisen Timer. Ich habe die einmal hier hochgelockt. Das heißt, bei 26, 30, normaler Geist. Sie hat aber normales Flackern gehabt, oder? Kiki, wo ist die denn da gerade bei diesem Hand jetzt gespawnt? Da unten? Hast du das auf der Kamera gesehen, wo sie gespawnt ist im Raum? Sie kam vom Keller. Ja, aber wo genau? In welcher Ecke kam sie her? Nee, da weiß ich nicht. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen, aus welcher Ecke sie kam? Nee, nee. Ja, scheiße, wegen Onryo, weißt du, weil ich habe hier gerade die Laterne angezündet und wusste, dass die an war in dem Moment, als der Hand losging. Ich habe jetzt nur nicht gesehen, aus welcher Ecke sie kam. Ja, jetzt wird sie wahrscheinlich in der Zeit hier die Laternen auspusten. Ja, ist richtig blöd. Also, schneller werden so, ein bisschen früher. Ja, mit Hälften hätte ich die dann bewerten. Oh, nee, echt. Aber so, nee, der ist zu nah. Der Bracki ist schon wieder aus. Ach nee, die hat da unten das Licht gesprengt, oder was? Wann hat die denn hier unten das Licht gesprengt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hä? Merkwürdig. Ich hasse Onryo-Tests. Da kacke ich mir immer in die Hosen. Bei Onryo-Tests. Also, ich denke mal nicht, dass wir mehr haben. Also, bei 40 hat sie ja gehuntet, ne? Ja. Ich glaube deshalb auch nicht, dass wir einen Early Hunter haben. Okay, ein Spirit kann in 45 Sekunden hunten. Ich muss aber auch die Laternen nebenbei beobachten. Ja, weißt du was? Machen wir erst mal Safe Play. Wir gehen erst hoch jetzt. Okay, du kannst ja die Laternen beobachten. Ich gehe mal kurz hoch. Ich suche mal kurz noch einen Smudge, falls noch einer da ist. Ich habe jetzt nur noch einen. Hüten ist im Versteck noch einen Smudge? Okay, dann haben wir nur noch einen übrig. Hm, schwierig dann. Okay, ich warte mal den Timer ab. Also, wir 5 Sekunden, dann kann ein Spirit hunten. Okay, jetzt ist der Timer rum. Kiki, sind die Laternen da unten noch an? Ja. Könnte noch ein Onryo sein, theoretisch, mit den Laternen. Deshalb müssen wir einmal sehen, ob sie auf den Laternen spawnt. Ist sie auf der Laterne gespawnt? Nein. Scheiße. Wir müssen den Hunt aussitzen. Wir müssen noch Onryo testen. Spirit oder Onryo? Eins von den beiden ist es wahrscheinlich. Ja, last non-location. Sie kommt jetzt hin, weil sie mich hier zuletzt gesehen hat. Wir haben noch einen Kruzi. Versuchen wir es damit. Küken, schnell, schnapp dir das Kruzi hier. Schnell, wir testen mal Onryo da unten. Hier bei der Taschenlampe. Das ist das Kruzi. Nimm das mal schnell mit. Kiki, waren die Laternen denn an oder nicht? Jetzt gerade eben. Doch, die waren an. Die waren alle beide an und sie ist in der Nähe davon aber gespawnt. Also im gleichen Raum, ne? Ja. Genau, genau, aber nicht drauf. Okay, wir testen das aber nochmal kurz. Küken legt das Kruzi hier, wo das andere war, einfach hin. Und wir machen jetzt den Raum Onryo fest hier. So, dass an jeder Ecke wirklich eine... Ja, das ist eine Ecke, Kamdi. Okay, kein Onryo. Onryo ist raus. Das Kruzi war einfach nur zum Schutz da. Sollen wir mit dem Spritkorb fahren? Ja. Ja, das ist einfach mit Sprit fahren. Okay, dann fahren wir mit Sprit, weil in Onryo haben wir ja jetzt ausgeschlossen. Meer und Demon und sowas ist es glaube ich auch nicht. Demon, der wäre viel aggressiver gewesen. Ich weiß nicht, vorhin der Gin hat aber auch ohne Smudge sogar mehr als drei Minuten gebraucht, bevor er wieder gehandelt hat. Deshalb ist es nicht okay. Ja, okay, versuchen wir es mit dem Spritkopf, ne? Ja, so. Ist die Tür dann zugeknallt worden? Ne, die ist noch offen, ne? Ne. Na gut. Okay. Ja, okay, dann versuchen wir es mit dem Spritkopf. Dann Abfahrt. Jurei kann Jurei sich auch noch sein, aber der Timer war eben immer sehr lang. Ist aber auch komisch, wenn die Geister sich viel Zeit lassen mit dem Handen. Sorry, ich kriege das Hunger. Es war ein Spritzkopf. Ja. Aber man kann sich leider nicht immer auf die Timer verlassen. Ich habe es leider schon erlebt, dass wir einen Goryo hatten, der zweimal, das war auf Solas, hatte ich erlebt, der zweimal erst nach drei Minuten gehandelt hat. Und wir hatten mal hier Multiplayer, einen Jurei, der auch erst nach drei Minuten gehandelt hat. Also das kann sehr schnell passieren. So, schön 3.600, das heißt, die können schön wieder Geld schütteln. Ja, werde ich auch bald machen, aber ich will meine Laternen noch genießen. Also, das hier sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.